Hallo und herzlich willkommen zu Rollercoaster Tycoon 3. Wir sind immer noch in Vanilla Hills und so wie es ausschaut, schaltet sich hier die Familienanzeige, die selbstdefinite Familienhervorhebung immer aus. Ja, ist eh die Frage, ob wir das dauernd einlassen, aber ist glaube ich ganz nett zu sehen, wo unsere Leute umgehen und was sie gerade so machen. So, aber es gibt mir eine Aufgabe zu erfüllen und das ist mal 400 Besucher und einen Mindestverkehrswert von 20.000. Ja, ich habe die ersten zwei Videos durch die Qualitätskontrolle laufen lassen und die hat mir freundlicherweise mitgeteilt, dass ich natürlich vergessen habe, irgendwas zu eröffnen. Ich schätze mal mit Toilette und... Ah na, die ist offen. Die ist auch offen. Hm, da muss ich nochmal mit der Qualitätskontrolle reden. Offensichtlich ein Missverständnis. Naja, mal schauen. Irgendwas habe ich sicher vergessen zu eröffnen. Äh, apropos, kann man es nicht irgendwo anschauen. Geht doch sicher hier. Status. Offen. Offen, 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 offen. Und da sind Personen auf der Beine, das heißt, das ist auch alles offen. Hm, naja. Und ja, ich habe mein eigenes Letztplan natürlich auch geschaut und, äh, ja, habe schon wieder tausend Sachen gesehen, die ich gern verbessern würde. Ähm, werde ich dann vermutlich auch mal schauen. Ja, aber jetzt wieder im Moment mal schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und zwar erstens mal ein bisschen Blick auf die Finanzen. Ähm, ist jetzt schon ein Monat um. Noch nicht ganz, aber einfach mal schauen, wie es mit den Einnahmen und Ausgaben so ausschaut. Ob das auch alles zusammenpasst. Ob wir da ja Gewinn machen oder nicht. Und, glaubt nämlich noch nicht so ganz viel. So. Okay, ja, was lockt Besucher an? Ähm, das Ding ist hier mal recht beliebt. Wir sind mal unsere ganzen, oder ein Großteil unserer Leute da unterwegs. Da eine Gruppe, die sich hier im Park vergnügt. Ich erwische sie jetzt noch nicht gerade, oder? Mal schauen, wer ist denn da unterwegs? Die Stadtbaufreunde sind da im Park. Schauen wir an. So, davor möchte ich ein bisschen freilassen für Dekorationen. Und, naja, nächste Attraktion würde ich sagen, oder? Was gibt es denn diesmal? Ein Karussell. Ja, was Nettes, Feines für die Kleinen. Und da möchte ich jetzt aber endlich das machen, was ich schon längst vorgehabt habe. Nämlich das Ganze platzmäßig ein bisschen groß zu designen. So. Und mir zuerst überlegen, wo ich den Eingang haben will. Ja, in dem Fall passt das eigentlich ganz gut so. Mal gleich eröffnen. Weil ich einfach diese Zickzack-Ansteherein nicht so gern habe. Aus, wie gesagt, rein optischen Gründen. So, irgendwas ist gerade passiert. Hat sich das Wetter geändert, oder wie auch immer? Weil Wetter gibt es ja in Rollercrosser der Kuhn auch. So wie, ja, auch diese ganzen Tag-Nacht-Sachen. Also alles ganz nett gemacht. Habe auch geschaut, dass von den Grafikeinstellungen her alles möglichst weit oben ist. So, mal wieder mit ein bisschen Hacken arbeiten. Ah, genau. Das geht natürlich auch. Immer die Frage, wenn es so ein Element ist, was man den Rand platziert, ob man es hierher oder hierher macht. Optisch gibt es kaum einen Unterschied. Allerdings ist dann das Feld hier frei für was anderes, wenn man es so platziert. Da geht es jetzt eigentlich nicht mehr, also haben wir ja nicht viel Wahl. Da machen wir das so. Ja, wie ist es da drüben überall? Okay, die Anstehere selber nicht. Da muss ich auch nicht die Uhr gleich ausschauen. Darf man ein bisschen abwechseln. Aber ich mag das einfach, wenn die Wege so ein bisschen, ja, wie sagt man, gesäumt sind. Von, ja, in dem Fall Grünzeug. Und wenn die Leute auch ein bisschen in die Attraktionen reinschauen können. Also ich führe auch gerne die Wege bewusst an den anderen Attraktionen vorbei, die man ein bisschen reinschauen kann. Machen die Leute zum Teil auch. Zumindest hat man das Gefühl, jetzt zum Beispiel hier, schauen wir mal, der irgendwie... Ja, jetzt hat er sich gerade umgedreht, wie auf Befehl. Aber teilweise, speziell bei den Achterbahnen, stehen sie... Oha, mal schauen, was da los ist. Stehen sie teilweise und schauen sich die Achterbahnen an. Burger 1 ist viel zu voll. Okay, ist ja auch eine interessante Information. Heißt, hier stehen vermutlich zu viele Leute an. Also könnten wir uns einen zweiten Laden leisten, der was zum Essen verkauft. Und da hinten ist ja noch Platz. Und, naja, drehen bin ich inzwischen draufgekommen. Wie ihr schon gemerkt habt, geht einfach, ja, wenn man was baut, hier links unten. Mit dem Knopf zum Drehen, wer hat's gedacht. So. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir denn so an Deko noch da. Was würde denn hier gut passen für unser Karussell-Glockenspiel? Ja, ist relativ groß. Froschbrunnen. Hm. Gibt ja alles Mögliche Nette hier. Ah, Pferdestatuen. Ja, natürlich. Das ist immer gut so. Die geht jetzt hier nicht mehr her wegen dem Grünzeug. Dann kommt sie hier her. Passt. Haben wir sonst noch so. Hier eine Riesenschmetterling. Nö, passt jetzt nicht so. Ah, Anfänger-Level wäre mal geschafft. Eine Schnecke. Ja, warum nicht? Das schaut sich auch nett aus. Ja. Ja, da gibt es noch alle möglichen verschiedenen Eingänge. Puh, ja. Da kann man lange spielen. Also ich sage mal, ist die Frage, ob ich jetzt hier bei den einzelnen Missionen mich so sehr spielen soll. Oder das lasse ich aber euch entscheiden. Ich nehme jetzt gerade ein paar Folgen vorab auf, damit ich ein bisschen Material habe. Also zumindest so mal die ersten ein, zwei Missionen. Dürfst du dann entscheiden, sollen wir weiter Visionen spielen? Oder soll ich vielleicht mal einen schönen, großen Park designen als Endlos-Spiel? Oder soll ich das Endlos-Spiel? Ganz Endlos ist ja nicht. Oh, wer ist denn da hier am Weg? Sehe ich gerade. Da misst du der Make gerade am Karussell am Weg. Der Lowrider war, glaube ich, auch drauf. Ja. Also tummeln sich mal alle ganz fröhlich. Das gefällt mir. So, ja. Wie geht es weiter? 560.000. Mal schauen, wie weit sind wir dann auch entfernt. Ja, schon ein schönes Drum. Also da können wir jetzt mal gut drauf losbauen. Mal ein bisschen überlegen, wohin sich der Park ausdehnen soll und wie er sich auch dehnen soll. Also hier den Bereich, den würde ich gerne lassen. Der gefällt mir eigentlich nicht schlecht. Da noch ein bisschen den Bereich verbreitern. Und da geht es dann mit dem üblichen Weg weiter. Und der trifft sich, würde ich sagen, da hinten. Und da geht es dann auch die eine oder andere, ein bisschen kleinere Attraktion rein. Mal schauen. Enterprise ist mal nichts kleines. Ein Kettenkarussell ist, glaube ich, halbwegs kompakt. Passt. Gibt es ein Kettenkarussell? So. Ja. Schaut nicht schlecht aus. Und... Hm, was würde da jetzt nicht passen? Da hätte ich jetzt gerne irgendeine größere Dekoration mal nicht. Was war das eine Fall, was nicht Platz gehabt hat? Was war denn das? Das Glockenspiel. Hm. Ah, es schaut also ein bisschen unsymmetrisch aus. Den Baum möchte ich auch nicht weg tun. Ja. Kommt es mal hier hin. Und mal ein bisschen Abwechslung bei den Zäunen reinbringen vielleicht. So, geht sich das da noch aus? Nein, darf ich nicht. Okay. Mal lassen Sie es hier auch weg. Oh. Ja, genau. Ich versetze den Weg einfach ein bisschen. So, Leute. Da geht es gleich nicht mehr weiter. Sorry. So. Okay. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ob euch das jetzt überhaupt so gefällt, wie ich das mache. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt aufs Feedback. Ich habe da überhaupt im Moment kein Gefühl dafür, ob euch das gefällt, wie ich Rollercoaster oder Ikon spiele. Ja, lasst mich gerne überraschen. So, Mülleimer darf man auch nie vergessen. Und für es ist dann mal Nacht wird, ein bisschen Beleuchtung auf dem Weg nicht schlecht. Die Schöne ist da mitten im Weg, schaut auch nicht mehr so gut aus. Ja, wie gesagt, bin ich gespannt. Ah, da gibt es... Ah, da passt es eh schön. Super. So, da ein bisschen größeren Platz noch draus machen. So. Ja, und was ich auch, auf was ich auch Lust hätte, wäre mal so ein paar, ja, die selbst definierten Strukturen. Das ist auch eine nette Sache, wo man so, keine Ahnung, zum Beispiel so Abfahrtshäuser designt für die Achterbahn oder einfach so, wenn man ein bestimmtes Thema dann baut, weil jetzt ist ja gerade ein Park ohne ein bestimmtes Thema, dann würde es mich echt reizen, mal so ein bisschen auf, keine Ahnung, Minecraft-Manier mal ein paar Häuschen hinzustellen, die rein für die Deko sind. Da gibt es ja massenweise Möglichkeiten dann später. Apropos massenweise Möglichkeiten, da sind wir eh schon... Eben, da ist es ja eh so. Man kann selber im Prinzip komplette Häuser designen, da aus einzelnen Elementen. Hier Backstein, was gibt es noch? Eisen und Stein. Farbige Wände, ja, eben alles Mögliche. Ja, freue ich mich dann schon. Wird sicher lustig. So. Na, recht lustige Frame Rate heute, mal runter, mal rauf. Verwitwerte, verwitwert, ah, verwittert, jetzt habe ich mir schon gedacht. Kann man das wissen? Verwitterte Frauenstatue. Hm, eine verrückte Uhr passt hier irgendwie nicht so ganz. Ein Tempel. Schachbrett. Irgendwie, warum nicht, wie schaut das aus? Schachbrett, wenn man so Test halber da hin macht. Ah, okay, das wären so wirklich Schachbrett-Elemente, wo man dann die Farben auch entsprechend ändert auf Schwarz und Weiß. Römischer Hofen, ja, da gibt es echt eine ganze Menge Riesenzuckerstangen, das schaut sich ja lustig aus. Lassen wir da mal zwei rausstehen. Ja, ich glaube, ich werde die Aufnahme an der Stelle fast unterbrechen müssen und schauen, was da los ist, weil, ja, mag nicht ganz so, wie ich will, das Spiel und ruckelt schon recht fies. Bei der letzten ist es gut gegangen, habt ihr ja vermutlich jetzt in dem Fall schon gesehen. So, ein bisschen Bäumchen noch hin. Aber so macht es, glaube ich, keinen Spaß zum Spielen und auch nicht zum Zuschauen. So. Naja, jetzt mal schauen, vielleicht beruhigt sich es ja ein bisschen, sonst muss ich echt mal raus. Okay, ähm, schauen wir mal, hier, das Ding ist mittlerweile komplett leer. Das heißt, da fahre ich mal auf jeden Fall alles mal mit dem Preis wieder runter, bevor da der Gesamtgewinn irgendwie noch ins Minus dreht, weil da keiner mehr damit fährt. Dann warten wir mal auf mindestens zum Beispiel Viertellast, damit es nicht ganz so oft leer fährt. Hier ist eh schon auf Halblast, gehen wir mal auch auf Viertel. Da ist keine Mindestwartezeit eingestellt, mache ich jetzt aber 10 Sekunden Höchstwartezeit. Machen wir auch 120, ich glaube, das ist recht ein gutes Maß, was da eingestellt ist. Da auch Viertellast. Der im Moment ist immer so ein bisschen das Lustige bei Rollercoaster-Darko, man baut eine neue Attraktion, die wird dann niedergerannt und dann, wenn die Leute mal die durch haben, ja, dann bleibt sie stehen. Klar, weil die ganzen Leute, die momentan im Park sind, das einfach alles schon, ja, getestet haben und als die Neuen, die dann kommen, sich das wieder anschauen. Darum verschätzt euch da nicht, wenn ihr selber mal spielt, also ihr baust eine neue Attraktion und plötzlich sind da 50 oder 100 oder 200 Leute drauf und ihr denkt sich, boah, die Attraktion läuft super, ist im Prinzip nur so, weil gerade alle, für alle, die im Park sind, ist die Attraktion neu. Ja, und jeder geht hin und fährt damit. So, ah, da sind unsere, wer ist denn da am Weg? Unsere Freunde sind hier am Weg und gehen offensichtlich Achterbahn fahren. Ja, könnten wir, ja, weil wir mal dabei sind, weil jetzt die Framerate gerade wieder passt, mal hier mit irgendjemandem mitfahren, würde ich sagen. Schaffe ich das? Weiß ich das noch? Wo ist denn der Gruppenleiter? Das ist der Patrick. Uh, dem ist schlecht. Okay. So, schaffe ich das jetzt irgendwie noch? Ja, ich glaube, wie ist das nochmal gegangen? Ich glaube, das geht jetzt nur hier, oder? Ich kann es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie man mitfährt. Ah, hier ist es gegangen. Okay, schnell. Okay.